Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zum Start der neuen Vortragsreihe Außer Sinnen. Mein Name ist Rainer Rosenzweig, ich bin für den einen Veranstalterturm der Sinne hier. Der zweite Veranstalter ist das Pleitein, in dem Sie hier alle sitzen. Wie Sie wissen, ist auch die Humanistische Akademie im Boot. Und jetzt für diese Reihe ganz neu auch die Regionalgruppe der Skeptiker in Mittelfranken, die GWP-Regionalgruppe, die hier auch mit einigen Mitgliedern vertreten ist. Also insgesamt vier Veranstalter, die es möglich machen, dass wir hier sitzen. Wie Sie wissen, gibt es unten im Foyer eine Weinprobe, die ist kostenlos, wenn Sie also hinterher noch Lust haben, ein Gläschen Wein zu trinken und dabei sich schauerhafte Geschichten zu erzählen. Dann ist das genau der richtige Zeitpunkt, die richtige Gelegenheit. Es wird Ihnen ja auch noch Gelegenheit geben, Bücher zu verkaufen der beiden Referenten. Die können dann auch noch da sein, was erläutern und Ihnen vielleicht auch einen kleinen Gruß in das Buch hineinschreiben. Wie Sie wissen, werde ich wieder einige Klemmbretter umgeben, wo Sie sich eintragen können, wenn Sie Post von uns bekommen möchten, entweder per E-Mail einmal im Monat oder dann per Post, je nachdem, was Sie uns angeben, Ihre E-Mail-Adresse oder Ihre Postenadresse. Und am Ende haben wir dann noch einen Beurteilungsbogen. Da würde uns natürlich sehr interessieren, wie es Ihnen heute gefallen hat. Wenn Sie da noch sechs Kreuzchen machen könnten, wäre das eine tolle Sache. Ja, jetzt zum Vortrag oder überhaupt erst mal zum Thema der Reihe. Von Sinnen hieß das Ganze ja bis letzte Woche. Jetzt heißt das Ganze Außer-Sinnen und es geht um Skeptiker. Skeptiker, das sind Spielverderber. Das sind kniefieselige Leute, die an Blöden stellen, blöde Fragen stellen und dabei Blöde aus der Wäsche gucken. Sucht man im Internet, das Quell all unserer Weisheit, nach Synonymen für Skeptiker, dann wird man fündig. Und zwar bei dem Portal Voxikon, synonyme.voxikon.de, habe ich heute gefunden. Dort ist als angeblich gleichbedeutender Begriff für Skeptiker Folgendes zu finden. Schwarzseher, Defettist, Fatalist, Miesmacher, Nihilist, Schwarzmaler, Unheilsprophet, Pessimist. Kein Scherz, das habe ich heute Mittag dort gefunden. Und die Liste ist vollständig. Also ich habe weder was weggelassen, noch irgendwas hinzugefügt. Skeptiker, das sind also ganz grauenvolle Zeitgenossen, denen man nur höchst ungern begegnet. Zwei von Ihnen sind heute da. Vier weitere werden Sie im Verlauf dieser Vortragsreihe kennenlernen, falls Sie nach dieser Vorrede noch Lust darauf haben. Meine Damen und Herren, wie wichtig unsere Vortragsreihe eigentlich ist, ist mir bei der heutigen Internetrecherche erstmal wieder klar geworden. Sicherlich die Rolle derjenigen, die hinterfragen, die nachforschen, die gerne geglaubte Wahrheiten auf den Prüfstand stellen wollen, ist keine leichte und auf den ersten Blick auch keine freundliche, keine angenehme, keine herzerfrischende und keine sympathische. Und doch ist sie wichtig. Und nicht nur das. Wer bereit ist, genauer hinzusehen, der wird merken, dass das Erlebnis, durch kritisches Nachfragen an neue Erkenntnisse zu gelangen, sehr anregend sein kann. Zu erforschen, nachzufragen, sich nicht mit vermeintlich einfachen Scheinerklärungen zufrieden zu geben, kann befriedigend und ja, es kann sogar Spaß machen. Diese Miesmacher-Skeptiker sind nicht nur hochdekorierte, graumillierte Herren mit arroganten Blick und erhobenen Zeigefingern. Darunter sind junge, inspirierende Persönlichkeiten verschiedenster Fachrichtungen, beiderlei Geschlechts- und unterschiedliche Fachdisziplinen. Das ist eine Erfahrung, die wir gemeinsam machen können. Und hierzu lade ich Sie herzlich ein. Den Beginn macht ein Paar, dass sich bundesweit einen Namen gemacht hat, mit einem neuen Medium im Internet. Dem skeptischen Podcast-Oxilla. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Podcast ist, die werden es heute in dem Vortrag auch kurz erfahren. Da gibt es eine kleine Folie dazu. Zu den beiden Referenten. Alexander Waschkau ist Diplom-Psychologe und hat in Münster studiert. Seit 2004 ist er beruflich mit der Konzeption, Planung und Durchführung von E-Learning-Maßnahmen in der Erwachsenenfortbildung beschäftigt, und zwar bei der Ärztekammer in Schleswig-Holstein. Parallel produziert er seit 2010 zusammen mit seiner Frau den Podcast-Oxilla. Als Redakteur und als Moderator. Darüber hinaus ist er an drei weiteren Podcasts beteiligt. Seit Oktober 2011 das Skeptoskop. Es hatte zum Ziel, in die skeptische Szene hineinzuhorchen und einige Persönlichkeiten der skeptischen Szene in Deutschland in den Mittelpunkt zu stellen. Der letzte Beitrag vom Skeptoskop stammt aus August 2013, wenn ich das richtig gesehen habe. Und inzwischen muss man lesen, dass überlegt wird, das Skeptoskop einzustellen. Ich habe aber schon weitere Informationen. Das mit dem Einstellen wird nicht der Fall sein, sondern es wird integriert werden bei Hoxilla. Also da kann man sich freuen. Das geht, soweit ich das sehe, weiter. Mit den skeptischen Persönlichkeiten. Des Weiteren gibt es zweitens seit Juni 2012 den Psychotalk, in dem Alexander Braschkau als Psychologe abwechselnd mit zwei Kollegen auf einer virtuellen Couch Platz nimmt und dabei die Welt durch psychologische Brillen betrachtet, mit humanistischem und kritisch-wissenschaftlichem Blick auf die Dinge und auf die eigene Profession. Unter den beiden Kollegen ist übrigens auch Sebastian Bartoschek, der in vier Wochen an dieser Stelle ebenfalls sprechen wird. Das neueste Podcast-Projekt heißt Schall und Rauch. Seit letztem Jahr hält Alexander Braschkau dort ein monatliches Schwätzchen auf einer Parkbank mit seinem Kollegen Christian Betnarek. Beide laut eigener Aussage zwei mittelreife Früchte der 70er sozialisiert in den 80ern. Das Motto des Podcasts ist übrigens, zwei Opas erzählen vom Krieg. Den ist niemals gar. Den ist niemals gar. Das sehe ich als Erkennung. Das steht da nicht. Seine Frau Alexa Waschkau stammt aus Niedersachsen, Bad Pyrmont im Landkreis Hameln. Sie hat erst klassische Archäologie in Göttingen und dann in Münster Anglistik, Germanistik und Europäische Ethnologie Volkskunde studiert, also eine Mischung aus Kultur- und Geschichtswissenschaften. In Münster haben sich die beiden auch kennengelernt, wie ich jetzt gehört habe, bei einer Demo zu den Studiengebühren. Das habe ich richtig verstanden. Bis 2012 war Alexa dann an der Akademie für ärztliche Fortbildung der Ärztekammer in Westfalen-Lippe in Münster beschäftigt und war dort zuständig für die Qualitätssicherung ärztlicher Fortbildungsmaßnahmen. Schon während dieser Zeit und jetzt seit zwei Jahren ausschließlich ist sie als freie Wissenschaftsjournalistin tätig und seit 2010 eben auch als Hoax Mistress beim Podcast Hoaxelang. Außerdem produziert sie Hörbiografien, das heißt sie bietet die Möglichkeit an, Lebensgeschichten ihrer Kundinnen und Kunden als hochwertiges Hörbuch zu bewahren. Ein interessantes Projekt. Als Volkskundlerin ist sie auch die Initiatorin oder die inhaltliche Initiatorin des heutigen Themas. Einige von Ihnen erinnern sich vielleicht an den Volkskundler Rolf-Wilhelm Brednig. Er ist in den 1990er Jahren mit seiner Sammlung Die Spinne in der Jucca-Palme und drei weiteren Bänden, Die Maus im Jumbo-Chat, Das Huhn mit dem Gipsbein, Dann ein Sammelband und dann Die Ratte am Strohhalm 1996 bekannt geworden. Sie alle enthalten sagenhafte Geschichten von heute, so der Untertitel dieser Bücher. Die Jucca-Palmenspinne ist damals fast sprichwörtlich geworden. Ich erinnere mich nämlich noch gut, wie in dieser Zeit im Studentenkreis immer wieder selbst seltsame Geschichten erzählt wurden, die unsere Zweifel weckten. Wir hatten uns dann immer gefragt, ob die Story nicht etwa doch wieder so eine Spinne in der Jucca-Palme sei. Im Bekanntenkreis wurde ich selbst dann auch berüchtigt durch mein lästiges Nachfragen, wenn mal wieder jemand erzählt hat, ein Bekannter eines Freundes, seiner Cousine. Habe selbst erlebt, wie ein entfernter Verwandter ihm erzählt hat, das etc. etc. Ich war dann der Einzige, der sich nicht am kollektiven Kopfstütteln beteiligt hat, sondern der wissen wollte, wer denn dieser Bekannte des Freundes, der Cousine sei. Ich wollte ihn doch mal kennenlernen und mit ihm sprechen. Lästiger, miese Peter eben. Breednich selbst hatte übrigens immer betont, dass es ihm gar nicht um den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten ging, die ihm hier dafür gleich null oder verschwindend geringen. Vielmehr stellte er immer nur die soziale Botschaft der Geschichten, ihre Funktion, ihre Struktur, soziale Gefüge etc. in den Fokus. Seit 1996 habe ich dieses spannende Thema dann leider etwas aus den Augen verloren, bis ich im vergangenen Jahr dann auf der Konferenz der GWOP, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften in Köln, mit Freude hörte, dass sich unsere beiden heutigen Referenten der modernen Sagen in ihrer heutigen Form zugewandt haben. Und das auf spannende, sehr aufschlussreiche Weise, kritisch hinterfragend, aber keineswegs defetistisch, miesmachend oder pessimistisch, wofür sie sich selbst jetzt überzeugen können. Der Titel heißt Monster, Pendel, Bloody Mary, Moderne Großstadtzarten und Erzählkultur im Alltag. Hoaxmistress Alexa und Hoaxmaster Alexander haben das Wort. Schön, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass wir eingeladen worden sind, hier einen Vortrag zu einem, wie wir auch finden, spannenden Thema zu halten, was uns an jeder Straßenecke begegnet und uns eigentlich ständig beschäftigt. Ganz kurz nochmal, wir sind Hoaxziller, der skeptische Podcast aus Hamburg. Eine Folie, was ist ein Podcast? Ich denke mal, dass nicht alle Personen, die hier im Raum sitzen, wissen, was ein Podcast ist. Ein Podcast ist im Wesentlichen eine Radiosendung, die wir und andere Podcaster, so nennen wir uns, selber produzieren im Wohnzimmer oder im Büro. Diese Internetradiosendungen haben bei uns ungefähr eine Länge zwischen 30 und 60 Minuten und erscheinen wöchentlich, so wie wir das schaffen, unentgeltlich und sind dann über unsere Internetseite abzurufen. Und man kann eben alle 162 Folgen, haben wir im Moment publiziert, kostenfrei sich anhören und auch jederzeit wieder anhören. Und da beschäftigen wir uns mit vielen skeptischen Themen, kritischen Themen, spannenden Themen von UFOs über das Monster von Loch Ness und anderen Dingen und haben in der Sendung, und so ist dann jetzt der Bezug zur modernen Sage, immer eine sogenannte Story der Woche in der Sendung. Und das ist eine völlig verrückte Geschichte, von der wir bis zum Ende der Sendung offen lassen, ob es sich um eine wahre Geschichte oder um eine moderne Sage handelt. Und deshalb haben wir dann bei 162 Episoden inzwischen 162 völlig verrückte Geschichten erzählt. Wir steigen gleich ein mit einer solchen Geschichte, bevor wir uns um ein paar formale Dinge kümmern. Und zwar geben wir uns an den Vorabend einer Hochzeit. Es wird ein Junggesellenabschied gefeiert, wie man das kennt. Es werden Spielchen gespielt und die Herren haben jede Menge Spaß und auch jede Menge Alkohol und vielleicht auch das ein oder andere Getränk zu viel. Und der Bräutigam wird im Zuge eines solchen Partyspiels dazu aufgefordert, Gummistiefel anzuziehen. Das macht er dann auch. Die Party geht fröhlich weiter. Man unterhält sich, man trinkt. Und irgendwann hat der Bräutigam einen über Durst getrunken und schläft ein. Seine Freunde sind nicht untätig und füllen die Gummistiefel, die er trägt, mit Bauschaum aus. Der junge Mann wacht ab morgen seiner Hochzeit auf und muss zu seinem Entsetzen feststellen, dass seine Beine wie abgestorben sind. Er wird sehr schnell ins Krankenhaus gefahren, wo man leider nur noch feststellen kann, dass die Unterschenkel amputiert werden müssen. Das ist eine böse Geschichte, aber ist sie auch wahr? Diese Geschichte hat eigentlich dazu geführt, dass es uns in dieser Form überhaupt gibt, als Podcast und als Geschichtenerzählern. Das ist eine Geschichte, die mir eine Arbeitskollegin damals auf meiner Arbeit in Münster im Büro morgens erzählte und völlig entsetzt von dieser Geschichte war. Und in dem Moment, weil ich von meiner Frau gelernt habe aus ihrem Studium, schoss sie mir durch den Kopf, eigentlich kann das nicht stimmen. Das klingt wie eine moderne Sage. Das habe ich dann auch meiner Kollegin gesagt. Da habe ich gesagt, nein, nein, die stimmt tatsächlich. Das hat mir der Bekannte eines Bekannten erzählt. Und so sind wir auf die Idee gekommen, uns damit in den Armen einer Sendung zu befassen und wenige Tage später geschah... Vielleicht können wir, bevor wir das machen, ja einmal rumfragen, wer diese Geschichte für wahr hält. Oder sie vielleicht noch mal erzählt bekommen hat. Gibt es da jemanden? Immerhin, immerhin. Schauen wir mal, was da ausgeworfen ist. Wenige Tage später ging das dann durch die lokale Presse im Münsterland, nämlich, dass die Geschichte ein Märchen ist. Da hat sich ein Journalist dann mal die Mühe gemacht und hat gesagt, gut, wenn das eine Geschichte ist, die passiert ist, dann ist das ein Fall von schwerer Körperverletzung. Und wenn jemand ins Krankenhaus kommt, die müssen beide Unterschenkel amputiert werden, dann muss man natürlich die Polizei verständigen und hat dann einfach nicht nur die Krankenhäuser, sondern auch die Polizeidienststellen in Münsterland angerufen und abgefragt. Und nirgendwo in Münsterland gab es diesen Fall. Er hat dann weiter recherchiert, bundesweit. Und dieser Fall ist nicht passiert. Aber es ist natürlich nur eine prima Geschichte. Und diese Geschichte trägt ganz viele Züge von modernen Sagen. Und anhand dieser Geschichte können wir mal durchgehen, etwas besprechen, was denn genau eine moderne Sage ausmacht. Bevor wir das machen, haben wir jetzt gerade in dem Zeitungsartikel schon einen Begriff gesehen, der in diesem Zusammenhang überhaupt nichts zu suchen hat, nämlich Märchen. Was genau ein Märchen von einer modernen Sage unterscheidet, werden wir gleich noch besprechen. Aber vorher gehen wir vielleicht einmal die verschiedenen Begriffe für ein und dasselbe, nämlich für eine moderne Sage, durch. Es gibt den Begriff Urban Legends, eindeutig ein englischer Begriff. Warum es nicht funktioniert, den 1 zu 1 ins Deutsche zu übersetzen, werden wir auch gleich noch sehen. Dann gibt es das sogenannte Friend of a Friend Tale. Das heißt also, wir haben ja gerade schon gehört, die werden von Bekannten zu Bekannten immer weitergetragen. Und die Quelle des Übels oder der Geschichte ist so nicht mehr auszumachen. Dann gibt es den Begriff Stadtsage, das ist im Prinzip das deutsche Pendant zum englischen Begriff Urban Legend. Das funktioniert einigermaßen gut, nur finden eben nicht alle modernen Sage auch wirklich im Kontext einer großen Stadt statt. Aber alle haben sie etwas gemeinsam, nämlich den Wahrheitsanspruch. Das heißt, wer auch immer so eine Meldung in der Zeitung liest oder sie zugetragen bekommt, der wird damit konfrontiert, dass sie auf jeden Fall irgendwem im weiteren Bekanntenkreis passiert ist. Vielleicht an der Stelle noch, auch das ist ein Begriff, der in dem Kontext häufiger erwähnt wird, der Begriff Hoax. Daher stammt ja auch der Name unserer Sendung. Hoax ist ein englischer Begriff. Das Wort ist im Jahr 1796 das erste Mal schriftlich belegt für all diejenigen, die auf Jahreszahlen stehen. Und ist vermutlich von dem Begriff Hopus abgelehnt. Und das ist wiederum eine Kurzform von Hokus-Pokus. Das kennt man ja auch schon als Magieformel, die ja heute immer noch von Magiern benutzt wird. Kommt aus dem Englischen. Und dieser Begriff ist im Jahr 1624 belegt von Magiern-Zauberkünstlern. Es ist ein Begriff, der vermutlich aus der katholischen Heiligen Messe entstanden ist. Es ist ja noch gar nicht mal allzu lange her, dass in katholischen Messen nicht lateinisch gesprochen wurde. Und der normale Bürger oder Bauer hat in der Regel gar nicht verstanden, was denn von der Kanzel gesprochen wurde. Und ist eine Verdichtung der Wandlungsformel Hokus enim corpus meum. Denn dies ist mein Leib. Was der Bauer mitgenommen hat, war etwas, was für Hokus-Pokus klang. Und daraus ist unter Umständen irgendwann das Wort Hoax entstanden. Was heute, gerade im Englischsprachigen, in der Regel für eine Zeitungsende benutzt wird. Und auch Zeitungsenden fallen mehr oder weniger so ein bisschen in den Kontext von modernen Sagen. Was ist denn eine moderne Sage eben nicht? Jetzt haben wir schon ein paar Begriffe gehört, diese kuriosen Geschichten. Aber ganz oft wird der Begriff moderne Sage so ein Mühnen gebraucht mit verschiedenen anderen. Da haben wir einmal den Mythos. Das ist ein Begriff, der heute ein bisschen inflationär verwendet wird. Wir haben den Mythos Marilyn Monroe. Und wenn man jetzt sagt, sie ist eine Gemeinschaftsviertel, dann ist man zumindest wieder, wie Sie gleich sehen werden, im gleichen Kontext. Denn wir bewegen uns hier auf dem Terrain der Religion. Wir kennen ja alle die Mythologien, die verschiedenen, die griechische, die römische, die nordische. Und wir bewegen uns also unter Göttern und Halbgöttern und ihren Geschichten. Und auch unter einer Herleitung zur Entstehung unserer Welt und unserer Zivilisation. Eine Legende, da sind wir wieder beim Begriff Latin, bezeichnet im Deutschen auch etwas Religiöses. Nämlich im Grunde genommen das Leben eines potenziellen Heiligen. Wer heilig gesprochen werden möchte, muss Wunder wirken und muss auch ansonsten ein vorbildliches, frommes Leben führen. Und eben das ist nach bestimmten Mustern niedergeschrieben oder wird weiter tradiert in einer Legende. Und wir haben ganz wichtig den Begriff des Märchens, den wir ja vorhin schon im Zeitungsausschnitt gesehen haben. Ein Märchen ist auch eine Art der Volkserzählung, unterscheidet sich aber eklatant von einer modernen Sage oder überhaupt von der Sage an sich. Ein Märchen ist eine sehr formelhafte Geschichte. Es gibt zum Beispiel das Volksmärchen, das europäische Volksmärchen, was auf seine Sprache und seine Struktur hin sehr gut untersucht ist. Wir haben es sehr oft mit Wiederholungen zu tun. Das heißt, der Held muss zum Beispiel drei Proben bestehen, bevor er die Prinzessin heiraten kann. Es wird sehr viel mit Farben gespielt. Wir haben sehr viel Gold und Silber und natürlich bei Schlewittchen zum Beispiel schwarz und rot und weiß. Das heißt, das sind sehr prägnante Geschichten, die immer nach einer bestimmten Struktur ablaufen. Und was vor allen Dingen interessant ist, ist der Umgang des Märchens mit dem Übernatürlichen. Denn der ist vollkommen anders als bei einer Sage. Wenn ein Held im Märchen auf ein sprechendes Tier trifft, dann würde sich mit ihm unterhalten, es als Helfer betrachten zum Beispiel, sich eben von ihm weiterleiten lassen, wenn er eine Aufgabe zu erfüllen hat oder ähnliches. Das heißt, es kommt ihm nicht im Mindesten merkwürdig vor, wenn er auf einmal mit einem Resig unterhalten kann. Wenn aber in der Sage auf einmal Dinge anfangen zu sprechen, wenn Dämonen auftauchen oder ähnliches, dann wird der Held genauso reagieren, wie wir das tun würden. Er wird entsetzt sein, er wird Angst haben, er wird sich wundern. Das ist also ein ganz, ganz großer Unterschied zum Märchen. Und Märchen haben keinen Wahrheitsanspruch an das anstimulären Sagen. Es ist eine abgeschlossene Welt, in der eben diese Geschichten stattfinden, die in sich zwar Sinn macht, aber sich sehr von unserer Welt unterscheidet. Die Begriffe, die wir eben gesehen haben, die gehören alle zu den sogenannten einfachen Formen. Das ist der Begriff, den man dafür in der Erzählforschung benutzt. Es gehören noch viele andere, die jetzt hier in diesem Kontext das Ganze zu sehr verkomplizieren würden dazu. Aber das auf jeden Fall ist eine Sache, unter der man es sehr gut zusammenfassen kann. Und geprägt hat diesen Begriff Andriolles, der gelebt hat von 1874 bis 1946. Was wir jetzt gemacht haben, ist eine Begriffsdefinition des Begriffs moderne Sage. Das können Sie hinterher wieder alles vergessen, aber man hat es einmal gehört. Und ganz häufig werden in Urban Legends als urbane Legenden oder statt Sagen übersetzt. Aber der formal richtige Begriff für die Volkskunden, die sich mit diesem Thema beschäftigen, ist moderne Sage. So, jetzt haben wir ganz viel Theorie gemacht. Schön ist ja immer, wenn man ein paar Beispiele an der Hand hat. Und natürlich haben wir jetzt zunächst mal ein paar Beispiele uns herausgesucht für moderne Sage. Und die erste hat nicht nur einen gruseligen Titel, sondern auch ein gruseliges Bild. Nämlich lieber harte Hand. Das ist eine ganz klassische Geschichte. Wir geben uns in den heutigen Straßenverkehr, dahin, wo wir alle mal irgendwie unterwegs sind. Nämlich in eine Tiefgarage, wo eine junge Frau gerade ihr parkendes Auto aufschließt. Und angesprochen wird von einem Mütterlein, was ganz viele Tüten in der Hand hat und gerne mitgenommen werden möchte. Jetzt sind wir alle natürlich bereit zu helfen, wenn jemand Hilfe verdient hat oder wir sind gerne gewillt, auch da beiseite zu springen. Die junge Dame möchte also das alte Mütterlein einsteigen lassen und auch vielleicht ein bisschen dabei helfen. Und dann sieht sie auf einmal, dass die Hand, die ausgestreckt wird von diesem Mütterlein, ganz, ganz spielig und beharrt ist. Sie reagiert sofort und denkt, das kann alles nicht sein. Und steigt aufs Gaspedal, fährt einfach weg und sieht erst hinterher, dass im Auto eine Tüte zurückgeblieben ist. Als er in diese Tüte schaut, bist du weg? Als er in die Tüte schaut, ist das das? Batterie alle? Was? Seid mal ganz stehen. Das ist live. Ja, genau. Sie können jetzt so Weinprobe kurz runtergehen und da vielleicht ein kleines Zwischengedränk holen. Auch ein No-Vum, Sie sehen jetzt live, wie ich meine Frau anmache auf der Bühne. Ja, okay, ja, das hört sich gut an, wunderbar. Als die junge Frau entsetzt ein paar Meter weiter anhält und in die Tüte schaut, sieht sie, dass in dieser Tüte Waffen sind und denkt natürlich sofort das Richtige, nämlich, dass sie eigentlich überfallen werden sollte. Diese Geschichte kommt uns sehr modern vor, man hat das Auto, man hat eine Tiefgarage, man hat einen Räuber und denkt sich, ja, das ist ja eigentlich nur in unserer modernen Zeit möglich. Aber ist das wirklich? Diese Geschichte funktioniert genauso gut mit einem Vorwerk. Der Volkskundlabel Erich Volkert hat eine überlieferte Geschichte, die eigentlich seinem Großvater passiert sein soll, aus Schlesien aufgezeichnet. Nämlich ist diese Person im Fuhrwerk unterwegs, neben ihm läuft auf einmal ebenfalls ein altes Mütterchen verhutschelt und mit Kopftuch. Und er möchte natürlich dieses Mütterchen her mitnehmen und hilft ihm vom Kutschbock aus, auch ein bisschen beim Aufsteigen und sieht ebenfalls, dass in dem abgedeckten Korb etwas hervorblitzt. Und er sieht, dass das Mütterchen einen Bart trägt. Er treibt die Pferde mit seiner Peitsche an, macht sich davon und ist froh, diesem Überfall entgangen zu sein. Und diese Geschichte ist seit 1834 belegt, wo sie übrigens auch schon in einer Zeitung auftauchte. Und das ist auch typisch für moderne Sagen, die es immer wieder in die Zeitung schaffen. Meist in einer Zeitung mit vier großen Buchstaben und dann hinten auf der letzten Seite als kurzen Mail. Und wenn ihr da was komisch macht, ist das, glaube ich, eine moderne Sagen. Eine weitere Geschichte, die schon so makaber ist, dass einem so ein bisschen das Lachen im Hals stecken bleibt, ist die Geschichte von Aids-Spritzen in der Diskothek. Eine Geschichte, die immer wieder erzählt wird, insbesondere im Münchner Raum gab es da sehr viele Fälle. Sie ist aber auch im nordamerikanischen Bereich sehr verbreitet. Die Geschichte geht folgendermaßen. Man ist in einer Diskothek, man feiert ausgelassen mit Freunden. Und plötzlich verspürt einer der Freunde einen Stich und einen Schlag auf den Rücken. Und als dann seine Freunde schauen, was passiert ist, hat er einen Zettel hinten auf dem Rücken kleben, auf dem steht, willkommen im Club, welcome to the club. Was ist passiert? Jemand hat eine Spritze mit HIV-infizierten Blut aufgezogen, hat die Person mit dieser Spritze gestochen, ergo infiziert und begrüßt nun diesen armen Menschen im Club der HIV-Infizierten. Eine sehr, sehr düstere, eine sehr, sehr makabere Geschichte, die in dieser Form... Es gibt noch Variationen, dass die Spritze in Kinosesseln platziert ist, oder vielleicht, wenn Sie sich hier nochmal hinsetzen, gucken Sie sich mal mal kurz... Also es gibt Variationen dieser Geschichte, keine dieser Geschichten stimmt, es ist bisher noch nirgendwo passiert. Es gibt keinen belegten Fall eines einer solchen Attacke. Erscheinlicherweise sagen Mediziner, theoretisch wäre es denkbar, bis zu zwei Stunden kann infiziertes Blut in so einer Spritze noch als Überträger dienen. Es hat auch einen Fall in Österreich gegeben, wo ein Arzt tatsächlich Patienten mit HIV infiziert hat, aber da offensichtlich willentlich, weil er, warum auch immer, welches Motiv er hatte, war auch noch Gerichtsverfahren. Das hat es gegeben, aber in diesem Fall in der Diskothek hat es nie gegeben. Diese moderne Sage belegt aber etwas oder zeigt etwas, auf das wir nachher nochmal eingehen. Also das nochmal im Hintergrund zu behalten, Spaß, Diskothek und dann passiert etwas ganz furchtbar Schreckliches. Wir bewegen uns jetzt ein bisschen von den reinen modernen Sagen weg und hin zu einer Mischung aus moderner Sagen und Spukgeschichte, wenn es um die Bloody Mary geht. Das ist eine Geschichte von einer jungen Frau, die sehr viel auf ihr Aussehen gibt, die Schönheitskönigin ist und vielleicht andere auch ein bisschen herablassend behandelt, die mit weniger gutem Aussehen gesegnet sind. Eines Tages hat sie einen Autounfall, der ihr gesamtes Gesicht entstellt. Sie ist auch daraufhin so geschockt und mag nicht mehr weiterleben und bringt sich um. Wenn man jetzt amerikanische Teenager nach dieser Geschichte fragt, dann werden sie sie höchstwahrscheinlich kennen, denn unter den ungefähr 12- bis 16-jährigen Mädels ist das immer noch ein beliebtes Spiel, was ich Ihnen gleich schildern werde, was meistens im Rahmen von sogenannten Sleepovers oder Pyjama-Partys gespielt wird. Die Mädchen versammeln sich beispielsweise in einem Badezimmer, weil das ein Zimmer ist, dass man, wenn es kein Tageslichtbad ist, sehr gut abdunkeln kann, egal zu welcher Tageszeit. Sie löschen das Licht, drehen sich im Kreis und rufen dabei, während sie aus den Augenwinkeln immer wieder in den Spiegel gucken, mehrmals Bloody Mary. Und wenn man Pech hat, erscheint der böse Geist dieses Mädchens, das sich umgebracht hat, aus dem Spiegel und zerkratzt derjenigen, die das ausprobiert und die so unvorsichtig ist, den Geist zu rufen und zerkratzt ihr das Gesicht. Das ist eine Mischung, wie ich schon sagte, aus Spuk und aus Spukgeschichte und moderner Sage. Und das ist übrigens eine Mischung, die wir heute noch oft treffen. Es gibt zum Beispiel aus dem Ebersberger Forft eine Sage, nach der dort ein Geist sein Unwesen treiben soll. Und diese Geschichte von einer Frau, die durch einen Autounfall umgekommen ist und dort spuken soll, ist so ein bisschen vermischt inzwischen mit dem sogenannten Vanishing Hitchhiker. Das heißt, eine Anhalterin, die gerne mitgenommen werden möchte, dann aber auf der Fahrt, wenn man Glück hat, einfach verschwindet, wenn man Pech hat, einen Unfall auslöst. Eine beliebte Mutprobe übrigens, wie Sie sich vorstellen können, gehen wir ins dunkle Badezimmer und ruft dreimal Bloody Mary im drittlichen Kreis. Was übrigens ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, die Bloody Mary hier aus dieser Geschichte, hat rein gar nichts zu tun mit Maria I. von England, der Tochter von Heinrich VIII. und Katharina von Aragon. Diese Maria hat zwar auch den Beinamen Bloody Mary, hat aber wie gesagt eine ganz andere Konnotation. Sie hat während ihrer Herrschaft sehr viele Protestanten auf dem Gewissen gehabt und hat sie hinrichten lassen, weil sie England wieder zu einem guten katholischen Land machen wollte. Ja, die Geschichte kann ich dann erzählen. Das Internet bietet viele neue Möglichkeiten, es gibt spannende Podcasts, die man sich anhören kann von den Leuten, aber es gibt auch die Möglichkeit in Chaträumen zu agieren und da gibt es durchaus Chaträume, wo man sie also per Tastatur unterhält und man kann im Text so ziemlich alles machen, was man möchte. Man kann auch theoretisch Cybersex haben und kann sie also gegenseitig beschreiben, wie man sich näherkommt, wenn ich es denn mal so formulieren möchte. Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, ist von einem jungen Mädchen, das einen Mann kennenlernt und Cybersex mit ihm hat in einem Chatraum und irgendwann, nach einiger Zeit, wenn man sich gut versteht, beschließt man sich dann auch mal im realen Leben zu treffen und man denkt, prima, vielleicht funktioniert es ja auch im realen Treffen, man vereinbart einen Blind Date, wenn man es denn so nennen möchte und als die beiden Protagonisten aufeinandertreffen, stellt sich fest, dass es Vater und Tochter ist und die beiden haben also im Internet miteinander agiert. Eine, wie Sie sich vorstellen können, sehr unangenehme Vorstellung für beide Beteiligten. Aber auch diese Geschichte, wenn ihm die mal unterkommt, ist oder auf einer Party erzählt wird, denn das sind gerade so Geschichten, die prima beim Bierchen in der Hand erzählt werden, ist nie passiert. Es gibt keinen einzigen überlegten Fall davon, dass es tatsächlich den Cybersex zwischen einem Vater und seiner Tochter gegeben hat, aber auch diese Geschichte passt prima in das Muster von modernen Sagen hinein und wir werden gleich eben nochmal sagen, woran erkennt man moderne Sagen, warum passt genau diese Geschichte sehr, sehr gut in dem Kontext von modernen Sagen. All diese Geschichten, die wir bisher gehört haben und die wir jetzt eben nicht erzählt haben, aber die genauso ablaufen, haben etwas gemeinsam, sie drücken unsere Ängste, Hoffnungen und vielleicht auch die Dinge aus, die uns peinlich sind. Das heißt also, Moralvorstellungen spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Zusammenhang. Wir hatten am Anfang ja die Geschichte mit dem Junggesellen und dem Bauschaum. Natürlich bedeutet diese Geschichte, wenn man sich die Moral mal anschaut, dass man zwar ruhig feiern darf und lustig sein darf, aber am Vorabend seiner Hochzeit es vielleicht nicht gar so rund tragen sollte, dass man gänzlich das Bewusstsein verliert und dann eben schreckliche Dinge erlebt. Und auch diese Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben mit dem Cybersex, mit dem eigenen Vater, drückt natürlich unser Schamgefühl aus und zeigt natürlich auch, dass man solche Dinge von liefern lassen sollte. Ja, wer keinen Cybersex hat, kann man es auch nicht mit seinem Vater haben. Also wer nur keusch genug lebt, dem passieren auch keine schlimmen Geschichten. Das ist so eine Art Moral, die immer wieder in den Geschichten drinsteckt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum sind Sie denn so beliebt, die nun werden da? Warum erzählt man Sie sich ständig? Und das hat eben genau diesen Grund. Erstens, Sie beschäftigen sich alle mit unserem Alltag. Sie beschäftigen sich mit dem, was um uns herum stattfindet, was eigentlich jedem von uns passieren kann. Sie zeigen immer wieder den Versuch, das Unkontrollierbare zu kontrollieren. Das heißt also, alle Dinge, wo wir uns vielleicht ein bisschen unsicher sind, wie wir mit Ihnen umgehen sollen, mit dem Fremden, mit dem Neuen, denn da zeigen diese Geschichten eben, oder sie legen vielmehr den Finger in die Wunde und zeigen, dass es da vielleicht noch das ein oder andere Defizit gibt. Weiterhin sind sie sehr wandelbar. Man trifft sie in der alltäglichen Erzählkultur, man trifft sie in der Zeitung, man kriegt sie vielleicht sogar im Fernsehen irgendwie mit. Sie begegnen uns also an jeder Straßenecke und der Mensch erzählt einfach gerne. Er erinnert Geschichten und nicht einfach nur Dinge, die ihm vielleicht nur zugestoßen sind. Und erst wenn aus diesem Zugestoßenen eine wirkliche Geschichte wird, dann kann man sie weitergeben und erinnern und kann sich auch auf diese Art und Weise bei anderen interessant machen. Jeder kennt das, wenn man glücklich zusammensitzt. Es sind natürlich immer die Leute im Lager, die die interessantesten Geschichten erzählen können. Eine schöne Quelle für moderne Sagen ist übrigens auch der Videotext, also wo wir medial handelbar sind. Das ist genauso die Länge von Texten, um gerade diese kurzen Geschichten zu vermitteln. Denn ich habe schon ein paar moderne Sagen auch durchaus im Videotext mal gefunden, als ich dazu durchgeklickt habe. Woran erkennt man sie denn nun, die modernen Sagen? Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Wir haben uns nochmal Gedanken gemacht, wir schreiben mal ein paar Punkte auf. Denn nachher werden wir Ihnen Geschichten erzählen und sagen nicht mehr, ob es eine moderne Sage ist. Und dann müssen Sie uns das sagen, da werden wir mit Ihnen arbeiten. Ja, haben wir jetzt viel erzählt und dann müssen Sie mal ran. Genau, dann geben wir Ihnen jetzt noch ein bisschen Rüstzeug auf den Weg. Diese Geschichten folgen eigentlich immer einer bestimmten Struktur. Sie sind zwar auch sehr veränderlich und jeder, der sie erzählt, fügt vielleicht ein bisschen was hinzu und lässt was weg. Aber eigentlich haben wir immer erst eine Situationsbeschreibung, nämlich unseren Alltag. Wir fahren zum Einkaufen oder tun sonst irgendwas und steigen dann eben in unser Auto in der Tiefgarage und dann passiert etwas ganz Schreckliches. Mitten im Alltag ereilt uns das Ungewöhnliche, das Bedrohliche oder das leicht Fantastische. Und das genau ist der Kern einer modernen Sage. Wenn wir jetzt an die Weitergabe dieser Geschichten denken, dann sind wir natürlich genau auch an einem Punkt, wo man vielleicht ansetzen kann, um zu ermitteln, ob es sich um eine moderne Sage handelt. Wenn man sich, wie am Anfang ja in der Einleitung so schön beschrieben wurde, mal auf die Suche nach demjenigen macht, dem die Geschichte wirklich ganz konkret zugestoßen sein soll, dann wird man meistens scheitern. Und genau das war auch am Anfang ein Punkt bei der Bauschaumgeschichte, als wir dann diese Geschichte zum dritten Mal gehört haben und sie in verschiedenen Gegenden in Münsterland passiert sein sollte. Da war das für uns ein Hinweis darauf, dass es eine moderne Sage sein kann. Diese Geschichten sind meistens so schön, so griffig und bleiben uns so gut im Gedächtnis, dass man fast meinen könnte, sie werden ein bisschen zu schön. Und genau das bezeichnet man eben mit dieser Umschreibung Too Good To Be True. Wir haben jetzt gerade sehr viele Geschichten gehört, wo das Blut fast nur so fließt, da entgehen Leute knapp einem Überfall oder werden eben infiziert mit schrecklichen Krankheiten. Es gibt aber auch andere Geschichten. Unser Alltag ist nicht immer nur blutig, bedrohlich oder fremdartig, sondern kann auch manchmal ganz lustig sein. Und genau da berühren eben die modernen Sagen eine ganz andere Erzählgattung, nämlich den Schwank. Wenn ich jetzt an diese Geschichte denke, dass eine Familie abends nett im Wohnzimmer sitzt, der Hund ist nochmal eben im Garten unterwegs gewesen, will rein, wird hineingelassen und hat etwas Merkwürdiges, Fälliges im Maul. Und die Familie muss entsetzt feststellen, dass der Hund anscheinend des Nachbars Kaninchen ins Haus geschleppt hat und zwar tot. Und die Familie beschließt, dieses Vergehen irgendwie ungeschehen zu machen oder zu vertuschen und das Kaninchen trocken föhnt, weil es ja sehr viel Hundespuk abgekommen hat, zu säubern, trocken zu föhnen und dann den Nachbarn wieder in den Käfig zu legen. Wenn der Nachbar am nächsten Tag vollkommen entsetzt zur Familie kommt und sagt, ich kann es überhaupt nicht verstehen, ich kann nicht begreifen, was passiert ist, unser Kaninchen ist vor zwei Wochen gestorben, wir haben es begraben. Und jetzt liegt es auf einmal sauber und trocken in seinem Käfig. Dann sind wir bei einer lustigen Geschichte und auch das ist eine moderne Sagen. Können Sie mal prima erzählen, das ist mal eine schöne Geschichte. Das war übrigens die erste Geschichte, die ich jemals als moderne Sagen selber erzählt bekommen habe. Moderne Sagen haben in der heutigen Zeit aber noch einen anderen Fokus bekommen. Sie werden, unter dem Oberbegriff, so kann man das vielleicht formulieren, das viralen Marketing ist, inzwischen mehr oder weniger erfolgreich, aber an einer Stelle zumindest einmal sehr, sehr, sehr erfolgreich eingesetzt. Nämlich bei diesem Film, dem Blavidge Project, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den Film gesehen hat, ich kann das kurz zusammenfassen, da geht es um das Verschwinden einiger Jugendlicher. Der Film ist 1999 in den Kinos gelaufen. Der Film begann mit einem Vortext, bevor der Film loskommt, in diesem Vortext heißt es, ich lese das einmal ab. Im Oktober 1994 verschwanden drei Studenten in den Wäldern von Burkittsville, Maryland beim Dreh eines Dokumentarfilms. Ein Jahr später wurden ihre Filmaufnahmen gefunden. Und dann beginnt dieser Film, der mit einer wackeligen Handkamera den Eindruck erweckt, als ob diese verschwundenen jungen Studenten tatsächlich diese Geschichte gefilmt haben. Und am Ende sind eben alle Studenten verschwunden und man findet nur noch die Videokassetten, auf die sie ihre angebliche Horrorgeschichte um eine böse Hexe in einem Wald, also die Blair Witch eben, dokumentiert haben. Das Besondere an diesem Film ist, dass bevor der Film im Kino lief, ungefähr ein halbes Jahr vorher, die Produzenten dieses Films, Internetseiten geschaltet haben, die also im Jahr 98 auf das Verschwinden von Jugendlichen im Jahr 1994 hingewiesen haben. Und dann sind sie losgegangen, haben auf verschiedenen Internetportalen, in Foren, in den Chaträumen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, so getan, als ob sie diese Seite gefunden haben und haben ganz gezielt Menschen angesprochen, haben gesagt, kennt ihr die Geschichte hier von den Jugendlichen, das ist doch ganz spannend. Und haben auch weitere Internetseiten gebaut, sodass im Internet die Geschichte der verschwundenen Jugendlichen, wenn man dann anfing zu recherchieren, durchaus Sinn machte. Man fand Interviews mit einem Sheriff, der die Jugendlichen gesucht hat. Es ging sogar so weit, dass man ein Buch über die Hexe von Blair gefunden hat, die nie existiert hat. Er war doch dieses Buch nie existiert. Und als dieser Film dann im Kino kam, hatte es für die Leute, die sich vorher mit dem Internet beschäftigt haben, einen ganz realen Bezug. Das war wirklich passiert. Denn warum sollte man sich sonst diesen Aufwand machen? Der Film war ein unfassbarer Erfolg in Relation zu den Millionenbereichkosten und war aus dem Grund so erfolgreich. Es gibt heute viele Filme, die das versuchen, aber das war so der erste, bei dem das wirklich richtig erfolgreich war. Und es gab wirklich Menschen, die geglaubt haben, diese Jugendlichen sind 1994 verschwunden. Im Prinzip haben die Macher des Films also nicht nur eine moderne Sage geschaffen, in dem sie gesagt haben, dieses Verschwinden der Studenten ist echt, sondern sie haben sogar noch dazu als Grundlage eine historische Sage geschaffen, die es überhaupt nicht gegeben hat. Das heißt, die Hexe von Blair ist ein Konstrukt, was lediglich dazu diente, den Film zu tragen und diese moderne Sage möglich zu machen. Ja, erzählen wir immer nur die alten Motive weiter oder ist vielleicht doch ab und zu mal ein neues Motiv in Sicht? Die modernen Sagen, haben wir jetzt gehört, sind eigentlich alle gar nicht so modern, sondern es sind teilweise wirklich Motive, die sich, wenn man nur genug forscht, sogar bis in die Antike zurückverfolgen lassen. Aber es passieren manchmal auch Dinge, wo man sagt, okay, hier können wir vielleicht mal eine moderne Sage im Entstehen beobachten. Wenn wir nur jetzt ein paar Tage, ein paar Jahre in die Zukunft schauen, dann werden wir vielleicht sehen, dass sich das Ganze so verselbstständigt hat, dass es gar nicht mehr zum Ursprung zurückzuverfolgen ist. 2009 hat es in einem Forum einen Aufruf gegeben, ein gruseliges Foto einzusenden. Das haben einige Leute gemacht, sie haben irgendetwas konstruiert, aber gewonnen hat jemand, der sich zu dem Foto, das er eingesandt hat, auch noch eine Geschichte ausgedacht hat. Er hat einfach einen Spielplatz fotografiert, wo ein paar Kinder das tun, was man eben dort macht, sie haben gespielt. Im Hintergrund des Fotos war eine merkwürdige Gestalt zu sehen. Ein großer Mann mit einem dunklen Anzug und einem verwischten Gesicht, der unnatürlich lange Gliedmaßen hatte. Die Geschichte zu dem Foto lautete, diese Kinder, die man im Vordergrund spielen sieht, und kurz nach Erscheinung dieser merkwürdigen Figur verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Diese Figur hat sich unter dem Begriff Slenderman wie Bild im Netz verbreitet. Sie wurde weitergegeben, sie wurde verändert. Es gibt inzwischen ganze Fanprojekte, die über YouTube-Videos teilweise schon seit vier Jahren laufen und diese Geschichte aufgegriffen und weitergesponnen haben. Dieser Begriff Slenderman, man braucht ihn nur mal in eine Suchmaschine einzugeben und schon hat man Milliarden von Treffern und kann sich eine ganze Lehre dazu anschauen, ein ganzes Konstrukt von Geschichten, das sich inzwischen angesammelt hat. Es gibt Computerspieler und derzeit wird an einem Kinofilm bearbeitet. Dieser Kinofilm greift das Motiv des Slendermans auf. Und wenn Sie jetzt beginnen und herausfinden wollen, ob es mit dieser merkwürdigen Gestalt, in deren Präsenz Kinder verschwinden, was es damit auf sich hat, werden Sie sich sehr, sehr schwer tun. Das ist ein hoher Rechercheaufwand herauszufinden, dass all das nur aus einem Gewinnspiel einer einzigen Internetseite basiert. Und es gibt inzwischen natürlich Leute im Netz, die sagen, ja, das ist die offizielle Version, aber tatsächlich gibt es diese Figur ja schon viel, viel länger. Weil ich habe gehört, dass es auch schon im Wilden Westen ein Foto gab und dann sieht man das nächste gefälschte Foto, was den Slenderman im Zweifelsfall mit Cowboys zeigt. Und dann denkt man sich, okay, wenn er so alt ist. Aber da sieht man, wie schwierig es wird, den Ursprung einer solchen Geschichte nachzuverfolgen. Und da sieht man auch den Einfluss, den das Internet auf die modernen Sagen hat. Denn wenn Sie sich bestimmte Geschichten angucken, bestimmte moderne Sagen, dann werden Sie von einer modernen Sage Hunderte von Internetseiten finden, auf der Sie die gleiche Geschichte als wahr aufgeschrieben sehen. Und wenn Sie mal genau hinschauen, das haben wir mal bei der einen oder anderen Geschichte gemacht, dann sehen Sie, dass der Text tatsächlich nur kopiert ist. Der ist noch nicht mal getippt. Denn der Tippfehler, der auf der einen Internetseite in der Geschichte gemacht worden ist, ist auf der nächsten Internetseite exakt genauso gemacht worden. Und bei zwei, drei Tippfehlern, das wäre schon überzufällig, dass das geschehen ist. Aber so verbreiten sich diese Geschichten. Und das ist eine neue Form, Geschichten zu erzählen. Nämlich im Internet eine Geschichte zu erzählen. In einem Forum oder auf meiner eigenen Internetseite möchte ich dann auch Geschichten erzählen. Und das gibt diesen modernen Sagen noch mal einen ganz anderen Vorschlag. So, jetzt haben wir Ihr ganz viel erzählt. Sie sitzen hier gemütlich im Halbbunkel und denken, mir kann nichts passieren. Ich weiß, wie viel. Jetzt kommen Sie ins Spiel. Wir werden Ihnen jetzt sieben Geschichten vorstellen, die alle ziemlich verrückt sind. Aber sie sind nicht alle wahr. Sie sind nicht alle modernen Sagen. Also es gibt beides. Wahre Geschichten und moderne Sagen. Wir würden Sie bitten, mit dem Wissen, was Sie jetzt haben, dem Wurstzeug, uns dann per Handzeichnung, wir sehen das hier im Halbbunkel von hier oben, mitzuteilen, wenn wir Ihnen die Geschichte geschildert haben, ob es sich hierbei um eine moderne Sage oder um eine wahre Geschichte handelt. Ja, das habe ich jetzt erzählt. Dann kommen wir jetzt mal zu diesem Foto, was vor einigen Jahren von hinten runter, dann gucke ich mir das auch mal groß mit Ihnen an. Vor einigen Jahren massiv durch Internet geisterte über George W. Bush in seinem Teil als Präsident ist viel gesagt worden, das schenke ich mir mal. Und da sitzt der in einem Kindergarten, hat ein Kinderbuch in der Hand und tut so, als ob er da lesen würde. Und man sieht, dass das nicht ganz gelingen wird, weil er das Buch falsch rumhält. Das hat einige Leute dazu veranlassen, zu spekulieren, ob so ein Störpil im Bushen überhaupt lesen kann. Das gab es dann auch. Und die Frage ist jetzt, ist das denn ein echtes Foto? Also hat er das einfach noch nicht gemerkt, war abgelenkt, man weiß das ja nicht, Fotografen, da ist man auch mal nervös. Oder ist das vielleicht eine Fälschung und er hat kein echtes Foto und somit auch gar keine echte Geschichte. Also ich frage mal, wer hält dieses Foto und die Geschichte drumherum für wahr? Das sind doch ein paar Jahre. Der Rest, ich mache mal die Gegenprobe, ich verhält die also für falsch, aber auch zeigen, wer glaubt, das ist eine moderne Sage, ein Hoax. Okay, der ist traut sich nicht. Das ist tatsächlich eine Fotomontage, denn eigentlich hat er das auch richtig rumgehalten. Da hat man also mal eine Nachrede gemacht an der Stelle und somit ist dieses Foto eine moderne Sage oder ein Hoax und ich weiß jetzt immer noch nicht, ob er lesen kann, aber er weiß, worum man das Buch halten muss. Das kann man an der Stelle festhalten. Die zweite Geschichte, ach, die erzähle ich auch noch. Ach, die erzähle ich auch noch. Das ist eine schöne Geschichte. Wir haben gedacht, wir bringen ein bisschen lokal, konkret aus dem Norden mal zu Ihnen. Das ist ein Flugzeug vom Typ Coronado 990. Ich habe leider nur eine Schweizer Fluggesellschaft mit dieser Maschine gefunden. Hamburg, da wo wir wohnen, hat zwei Flughäfen. Der eine ist Fultzbüttel, das ist der Flughafen, der normale Verkehrsflughafen, von dem man seine Reisen antritt. Und da gibt es einen weiteren Flughafen, Finkenwerder, und das ist ein Flughafen, wo im Wesentlichen Flugzeuge gebaut wurden und auch einige Bundeswehrmaschinen stationiert waren. Die Geschichte, die ich Ihnen erzähle, ist die Geschichte dieses Flugzeugs, einer spanischen Fluggesellschaft, Fluggesellschaft Spantax, und diese Maschine und ihr Pilot wollten eigentlich in Fultzbüttel landen, da wo alle Verkehrsmaschinen landen. Jetzt ist es so, dass wenn man fliegt und ein bisschen abgelenkt ist, dann liegt Finkenwerder ein Stück hinter Fultzbüttel, die Maschinen sind ja auch nicht sonderlich langsam, und der Pilot hat einfach Fultzbüttel verpasst und ist dann einfach mal in Finkenwerder gelandet, was relativ kritisch war, weil die Landebahn in Finkenwerder für eine Maschine dieser Art eigentlich zu kurz ist und dass man so gerade gut gegangen ist und er dann letztendlich die Maschine sicher runtergebracht hat, aber alle Leute, insbesondere in Finkenwerder, völlig entsetzt waren, weil da plötzlich eine Verkehrsmaschine gelandet hat, mit der niemand gerechnet hat und der Tower in Fultzbüttel hat sich auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil die Maschine plötzlich vom Radar verschwunden war und niemand sich erklären konnte, wo sie denn geblieben ist. Wer glaubt, dass diese Geschichte stimmt, die ich Ihnen gerade erzählt habe? Das sind nur so ein paar Gegenproben. Der Rest hält das also für eine erfundene Geschichte. Mal aufzeigen, ich glaube, das ist eine erfundene Geschichte. Sie werden überrascht sein, das ist eine wahre Geschichte. Die Geschichte ist allerdings schon ein bisschen älter, das Ganze ist 1967 passiert und eigentlich sollte diese Fluggesellschaft spanntags da mit einem großen Wurf landen. Der Pilot war gleichzeitig der Geschäftsführer, wollte eigentlich in Fultzbüttel noch eine Pressekonferenz zu Flugsicherheit geben, die er dann hinterher auch erhalten hat, aber die Fluggesellschaft war dann hinterher nicht mehr so erfolgreich. Der ist tatsächlich dran vorbeigeflogen. Ich kann Ihnen das nicht erklären, warum, aber der hat die Landebahn verpasst und plötzlich war er dann schon vorbei und ist dann einfach in Finkenwerder gelandet. Das Bonbon an der Geschichte ist, dass es tatsächlich jetzt noch eine weitergesponnene Geschichte gibt, nämlich die, dass die Landebahn zum Start dieser großen Maschine in Finkenwerder definitiv zu kurz war. Insbesondere, wenn Passagiere und Gepäck im Flugzeug waren, dann hätte der Runway einfach länger sein müssen damit die Maschine startet und es wird heute erzählt, dass Sitzreihen ausgebaut werden mussten, alle Passagiere raus, alle Koffer raus, alles, was nicht wirklich notwendig zum Flugbetrieb war, wurde ausgebaut, damit diese Maschine dort wieder starten kann. Das ist dann tatsächlich eine Erfindung, dass es nicht passiert. Was passiert ist, ist, dass man die Passagiere tatsächlich im Bus verfrachtet hat, nachdem man ihnen eine Tasse Kaffee gegeben hat und das organisiert hat und sie dann per Bus nach Fulspiel gefahren hat, damit die Maschine tatsächlich ein bisschen leichter war, aber man hat nicht das Innenleben ausgebaut. Aber so sieht man, wie sich eine wahre Geschichte dann schon verformt, über jetzt dann inzwischen vier Dekaden und immer neue Anteile bekommt. Und ich bin auf die nächste Partie in Hamburg gespannt, wenn mir jemand dann die nächste Variation dieser Geschichte erzählt. Die folgende Geschichte spielt sich zum Beispiel in München ab. Da kommt eine Frau und kauft in einer Boutique ein, sie shoppt bei Prada, hat ihren Hund dabei und der kleine Mops fällt leider auf einmal tot um. Die Verkäuferin möchte ihr helfen und sagt, ja, das regeln wir alles ganz pietätvoll, zückt eine Prada-Tüte und packt den Hund da ganz sanft hinein, dass die Dame eben auch ihr geliebtes Haustier mit nach Hause nehmen kann und es nicht so auffällt. Und als die Dame unterwegs ist, nach Hause, wird ihr diese Tüte gestohlen. Mit Hund natürlich und nicht mit Prada-Tüten. Wer glaubt, dass diese Geschichte wahr ist? Aha, das sind verschwindend geringen, der Anteil. Wer glaubt, dass das eine moderne Sage ist? Wunderbar, Sie haben alle recht. Diese Geschichte gibt es in unzähligen Varianten, das sind manchmal andere Geschäfte, das sind manchmal andere Hunderassen, die da auftauchen, aber der Clou an der ganzen Sache ist, dass das auch immer wieder in der Zeitung abgedruckt wird und dann natürlich so daherkommt, als sei es eine wahre Geschichte, es sei denn, man kümmert sich mal drum, in dem das tatsächlich passiert sein könnte, dann wird man relativ schnell darauf kommen, dass es sich so wohl nicht abgespielt hat. Also das könnt ihr immer gut auf der letzten Seite in der großen Bundesweiterschein in der Zeitung auch mal auftauchen. Die nächste Geschichte, die junge Dame, ist nicht mehr ganz so jung heute, aber sicherlich bekannt. Vielleicht müssen wir sogar mal fragen, wer den Scher überhaupt kennt. Kennt man Scher noch, ja? Also eine US-amerikanische Sängerin, die mal mit Sonny Bono verheiratet, Sonny Bono, nicht mehr. Ich meine ja. Wir kennen wahrscheinlich noch nicht. Also die Sängerin ist durchaus bekannt für die ein oder andere kosmetische Operation, insbesondere auch im Gesicht, weil die eigentlich immer schön jung aussehen wollte, dafür ist sie bekannt. Diverse andere Dinge soll sie gemacht haben. Es gibt die Geschichte, dass sie, um die Standlinie zu behalten, sich die beiden unteren Rippen hat entfernen lassen, weil, ich kann mir nicht vorstellen, wenn der Brustkorb ein bisschen kleiner ist, dann ist die Linie auch ein bisschen schmal. Wer glaubt denn, dass das eine wahre Geschichte ist? Die es übrigens auch mal wieder in den Zeitungen gibt. Ich merke, wir haben sie gleich so geschult. Ja, wir haben sie glaube ich okay. Also Gegenprobe, der Rest hält das also für einen Haus, für eine nicht wahre Geschichte. Okay, Sie haben recht, das ist eine Erfindung. Es ist übrigens ganz interessant, gerade wenn es um Promis geht, berührt hier die Gattung der modernen Sage auch ganz gerne mal das Gerücht, das einfach so weitergetragen wird. Gerücht, glaube ich, die Menschen scheren überhaupt, dass sie überhaupt in der Operation haben. Das ist dann auch eine Geschichte. Ein Auto rast mit hoher Geschwindigkeit über einen Parkplatz und kommt genau in einer Parklücke zum Stehen. Die Heckklappe ist offen, steigt aber keiner aus. Und Musik läuft. Und Musik läuft. Der Parkwächter geht irgendwann mal gucken und denkt sich, das ist aber merkwürdig und er findet den Fahrer verstorben auf seinem Fahrersitz und zwar kopflos. Der Kopf liegt zwischen den Vordersitzen. Es ist aber absolut nicht ersichtlich, wie das Ganze vonstatten gegangen sein kann. Wer hält diese Geschichte für wahr? Da traut sich keiner, sich zu melden. Der Rest hält sie für unwahr oder erstimmten. Genau. Wer hält sie für unwahr? Nein, der Rest hält die Majorität. Das ist tatsächlich eine wahre Geschichte und zwar handelt es sich um einen genauso belegten Suizid. Wer das Ganze nachlesen möchte, kann das bei Science Blogs unter Blood and Acid tun. Und der Fahrer hat einfach Folgendes gemacht. Er hat ungefähr in 55 Meter Entfernung ein Seil um einen Laternenpfahl geschlungen und die Schlinge um seinen Kopf, hat das Seil durch die Heckklappe gezogen und ist dann einfach losgefahren und zufälligerweise genau in der Parkkippe zum Stehen gekommen und hat sich so selber enthauptet. Das Seil hat man dann später gefunden, es war ungefähr 28 Meter lang und der arme Verstorbene war dann eben so aufzufinden. Also dass das genaue in der Parkkippe gepasst hat, war ein unfassbarer Zufall und tatsächlich hat es diesen Selbstmord gegeben. Wo wir im Planetarium sind und es auch ein bisschen über den Sternen und so geht, das kennen Sie sicherlich alle. Teflon lieben wir an Pfannen, der eine sehr warst und sagt, ich nehme nur meine Edelstahlpfanne, aber es hilft natürlich beim Nichtkleben von Lebensbilden in der Pfanne und natürlich wissen wir alle, Teflon ist eines dieser Abfallprodukte aus der Raumfahrt, von der Mondfahrt und das ist ja auch eine gute Begründung dafür, dass man so unfassbar viel Geld in die Raumfahrt investiert, denn da kommen ja so praktische Dinge raus, Taschenrechner könnte ich jetzt auch nennen und den WC, aber das, was ja immer wieder kommt, ist Teflon, prima, kommt aus der Raumfahrt, also ist Raumfahrt super, Raumfahrt ist sowieso super, ist auch eine andere Geschichte. Die Frage, die ich Ihnen stelle ist, stimmt denn das? Sind Sie der Ansicht, dass Teflon aus der Raumfahrt ein Abfallprodukt ist? Mal einmal aufzeigen, wer das glaubt. Das ist doch hier ein sehr wissenschaftliches Buch. Der Rest glaubt uns also nicht, mal einmal die Gegenprobe, das ist für eine Erfindung. Sie haben recht, das ist eine Erfindung. Teflon ist 1938 bereits erfunden worden, da hat jemand nach neuen Kühlmitteln gesucht und irgendwie hat sich so etwas ganz komisches bei einem im Labor kristallisiert, und hat gesagt, was ist das denn? Hat das ein bisschen weiter ausgetestet und hat dann festgestellt, dass es sich hier aber um einen Kunststoff handelt, der prima Antihaft-Dinge gewährleistet. Das Ganze heißt ja auch gar nicht Teflon, sondern der eigentliche Name ist Poly-Tetrafluor-Ethylen, das habe ich jetzt mal abgelesen, und der Chemiker, der das 1938 entdeckt hat, war Roy J. Plunkett und hat dann 1941 bereits ein Patent darauf angemeldet, aber ich habe es kürzlich gerade wieder erzählt bekommen, Raumfahrt, und Teflon ist ja eines der Abfallprodukte, das ist so ein ganz, ganz hartnäckiges Gerücht. An der Stelle vielleicht noch nebenbei, so als Randnotiz ist die Geschichte, dass die Amerikaner unfassbar viel Geld in einen Stift investiert haben, mit dem man in der Schwedelosigkeit schreiben kann, Bildungen ausgegeben haben und die Russen parallel dazu haben einfach einen Bleistift genommen. Ist Quatsch. Die Russen haben keinen Bleistift genommen, weil die Russen genauso wenig wie die Amerikaner etwas haben wollten, was brökelig ist und sich in die Elektrik reinsetzen kann. Der Space Pan, um den es geht, das ist tatsächlich markennahme, der hat sehr viel Geld in der Entwicklung gekostet, weil es nämlich eine Druckpatrone ist, die Druck auf die Tinte ausübt. Das ist aber sozusagen parallel entwickelt worden und der Hersteller dieses Space Pants, der war irgendwann total happy, dass die NASA den genutzt hat und hat das natürlich massiv ausgeschlachtet und als Verkaufsargument genutzt, aber dass die Russen einfach einen Bleistift genommen haben, stimmt an der Stelle auch nicht. Beim nächsten Bier an der Theke können Sie da Leute mit enttäuschen und sagen, wir sind bestimmt nicht. Eine Geschichte haben wir noch? Welche? Ich komme ja auch mal wieder. Diese Geschichte spielt sich gerne mal auf dem Oktoberfest ab. Da findet jemand ein Portemonnaie und sieht denjenigen, der uns verloren hat, gerade noch so in der Menge verschwinden, guckt in das Portemonnaie, da ist wahnsinnig viel Geld drin, rennt der Person hinterher und gibt dem etwas arabisch aussehenden Mann die Geldbörse wieder. Er möchte erst seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, indem er etwas Finderlohn auszahlt. Das lebt dann der Betroffene aber ab und erhält dann im Gegenzug einen Warnung an einem bestimmten Tag nicht auf das Oktoberfest zu gehen. Wer hält diese Geschichte für wahr? Aha. Wer hält sie nicht für wahr? Sehr schön, das ist wahrscheinlich zu bekannt. Genau. Der dankbare Araber kann nicht nur auf dem Oktoberfest auftauchen, sondern generell da, wo viele Menschen sich sammeln. Das kann auch ein ganz normaler Markt sein oder etwas anderes, eine Einkaufsstraße. Gemeinsam ist diesen Geschichten aber immer die Warnung vor einem terroristischen Anschlag und zeigt natürlich auch genau wieder das, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich diesen Wunsch, das Unkontrollierbare, das einem im Alltag begegnen kann, irgendwie zu kontrollieren und die Moral dahinter ist natürlich, dass derjenige, der sozusagen rein im Herzen ist und einfach nur helfen möchte, auch dafür entlohnt wird. Ich selber habe tatsächlich in meiner Münsteraner Zeit damals eine SMS bekommen, die mich davor warnte, zu einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit, eine bestimmte Buslinie zu benutzen, weil angeblich ein Terrorattentat geplant sei, auf dieser Buslinie. Da sieht man also, wie diese Ursprungsgeschichte wieder verformt wurde, weitererzählt wurde und dann dazu geführt hat, dass es sozusagen Ketten-SMS gab, die davor gewarnt haben und auch da kann man natürlich eigentlich sich von Herzens sagen, naja, das stimmt wahrscheinlich nicht, aber man zuckt in dem Fall schon zusammen, wenn ein guter Bekannter einem so eine SMS schickt und überlegt schon, fährt da jetzt einer mit dieser Buslinie oder nicht. Das war unser Quiz. Genau, wie wir gesehen haben, sind Sie jetzt sehr gut, also Ihnen macht jetzt keiner mehr was vor, was moderne Sagen angeht. Jetzt sind Sie auch einer von diesen Miesepetern wahrscheinlich, dem ist der immer so, naja, stimmt gar nicht. Also insofern ist unser Vortrag an der Stelle, glaube ich, ganz hilfreich gewesen. Eines können wir Ihnen noch auf den Weg geben, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, bevor wir die Literatur fragen, na, wenn Sie jetzt nach Hause gehen und Ihnen Bekannten erzählen, dass Sie in Nürnberg im Planetarium, die Huxillas gehört haben, wie Sie etwas über Pendel erzählt haben, dann helfen Sie vielleicht, eine neue, moderne Sage entstehen zu lassen, denn im ganzen Vortrag ist nicht ein einziges Mal ein Pendel vorkommen. Aber das können Sie ja noch probieren, diese Geschichte zu lancieren. Mal gucken, wann wir dann davon erfahren, wann wir denn von einem Pendel erzählt haben. Wenn Sie sagen, das finde ich jetzt alles ganz spannend, Rainer Rosenzweig hat es gerade schon gesagt, Literaturempfehlung, neben Herrn Brednig, der jetzt gleich als Zweiter kommt, gibt es noch ein Buch, das gibt es, glaube ich, nur im Englischen oder gibt es auch eine deutsche Übersetzung oder inzwischen. Ich habe es nur auf Englisch, aber ich vermute mal, dass es auch eine deutsche Übersetzung ist. Genau, wer sich mal in die Frühzeit der Forschung über moderne Sagen begeben möchte, der schaut sich von Brunenwand, Bellischen Hitschalker an. Oder dann alle Bücher von Rolfin Helm Brednig, die spielen in der Jöckerpalme, das sind inzwischen etwas schon gesagt, vier Bücher mit ganz, ganz vielen modernen Sagen. Wir sind am Ende, Sie können uns natürlich gleich mit Fragen durchhören, wenn Sie das gerne tun, würden, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, Sie sind zwar ganz schwarz angezogen und haben auch ganz schwarze Folien, aber wir haben sich sonst ganz nett, finden Sie uns auf unserer Internetseite ruxilla.com. Da finden Sie unsere Sendung und alle Informationen über weitere Dinge, die wir tun. Inzwischen haben wir 162 Folgen produziert mit weit über 120 Stunden Automaterial. Also wenn Sie jetzt anfangen würden zu hören, können Sie fünf Tage lang ununterbrochen unsere Stimme hören. Ich glaube nicht, dass Sie das wirklich möchten, aber es gibt so, die haben es in sehr kurzer Zeit geschafft. Wenn Sie jetzt sagen, naja, Internet ist alles ganz prima, aber eigentlich glaube ich ja nicht, dass aus dem Internet was wird. Es gibt inzwischen das ein oder andere Buch auch von uns, und zwar eines zunächst mal von meiner Frau und Herrn Sebastian Latoschek, der dem jetzt hier noch einen Vortrag genau zu diesem Thema halten wird. mit dem Herrn Latoschek und dem Herrn Latoschek habe ich mich auf die Spuren der Ghost-Thunder-Szene in Deutschland begeben und habe mir mal angeschaut, warum es so viele Teams in Deutschland gibt, die mit allerlei merkwürdigen Gerätschaften in Burkruinen oder auch in Privathaushalte gehen, um da Geister nachzuweisen oder eben auch nicht. Ein weiteres Buch von uns, das Sie auch hier nachher unten erwähnen können, ist ein Buch, das jetzt dem einen oder anderen nicht unbedingt sagen wird, der nicht im Internet unterwegs ist, muss man wissen, ein Interview mit Dr. Axel Stoll. Das ist ein Projekt, was uns sehr am Herzen liegt. Dr. Axel Stoll ist eine reale Person, die im Wesentlichen durch YouTube-Videos bekannt geworden ist. Und er ist ein rechtsextremer Esoteriker, der viele Verschwörungstheorien und Geschichtsrevisionismus betreibt. Und wir haben, wie wir, es ist auch wieder Herr Bartelschef und ich, Herrn Dr. Stoll im September des letzten Jahres in Berlin zu einem ausführlichen Interview getroffen und haben uns mal all seine kruden Verschwörungstheorien von Nazi-Flugscheiben, der Flucht von Adolf Hitler, der natürlich immer noch gelebt hat, einer Stadt Neu-Berlin am Südpol in Neu-Schwarvenland, wo also nach wie vor die dritte Macht herrscht, uns angehört, haben dieses Interview, was zweieinhalb Stunden gedauert hat, mit über 180 Fußnoten kommentiert, um mal deutlich zu machen, was in dieser Rechtsesoterik-Szene so an Konstrukten vorherrscht. Und haben am Ende uns mal Gedanken darüber gemacht, wie jemand, so was Herr Bartelschek auch Psychologe ist, so im Kopf gestrickt sein muss, um solche wirren und kronen Verschwörungstheorien nicht nur zu erzählen, sondern ganz offensichtlich auch davon überzeugt zu sein scheint, dass sie real sind. Und für uns ist dieses Thema so relevant, weil wir uns als Skeptiker mit ein bisschen Sorge damit beschäftigen, dass die rechte Szene, wenn ich es denn mal so formulieren darf, sich über Seminare für gesunde Ernährung oder Kindererziehung oder andere Dinge so ein bisschen in unsere Gesellschaft hinein drängt und mit diesen scheinbar harmlosen Themen dann irgendwann doch auch rechte Inhalte vermilft. Und Dr. Axelstor ist sicherlich jemand von denen, die, glaube ich, jede rechte Verschwörungstheorie kennen. Was sie noch nicht kaufen können, aber theoretisch vorbestellen können, da hört die Verkaufsstudie noch auf, da haben wir uns erzählt, wenn sie das vorbestellen möchten, ist unser erstes Buch, worum es dann tatsächlich um uns beide, um Huxilla geht, The Hoax Files, das wird im November erscheinen, können Sie jetzt schon vorgestellt. Und das wird ein Buch sein, was zum einen Inhalte unserer Serie als Buch aufbereitet, also für all diejenigen, die lieber hören möchten, sondern lieber sehen, lesen möchten. Da haben wir so düstere Mythen, das benutze ich die Leute auch schon wieder falsch, ich mach was immer, also düstere Geschichten uns rausgesucht, was ist dran am Vampirmythos und diesen Dingen, und haben das als Buch aufbereitet und in einer schönen Rahmengeschichte, wie wir hoffen, Liebe fallen wird, und das kann man uns im Foyer vorbestellen. Und jetzt möchten wir uns bei Ihnen zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit danken, ich habe das Schreiben, dass Sie nicht heute eingeschlafen sind, und wenn Sie jetzt Fragen haben, stehen wir Ihnen jetzt auf. Vielen Dank.